Guten Morgen! Ich nehme euch heute mit auf die Glow. Da sind wir nämlich heute in Stuttgart und ich würde sagen, voll in Pink geht's los. Ich freue mich, komm mit. So, umziehen und dann ab in den Wahnsinn, in die Masse. Let's Glow! Oh, das ist die Gart! Zwischenfazit, ich kann nicht mehr sprechen. Krasse Scheiße, das ist wirklich abgefahren. Ganz nette Menschen, macht Spaß, ganz viel Liebe hier, alles pink. Also ich hab Spaß. Muss man echt gesehen haben, die Glow ist wirklich cool. Und mich nerven die Leute, die sagen, und wie ist es so oberflächlich hier, sag ich ganz ehrlich, vor einem Tag kann's auch mal so sein. Es ist wie im Kino oder im Konzert, es macht einfach Spaß, mal abzuschalten. So. 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 Es war wahnsinnig schön, wahnsinnig erfolgreich und ich hoffe, dass euch die Produkte gefallen. Und ich hoffe, es hat euch überhaupt gefallen, der ganze Tag. Danke für alles. Adieu.